Ja, jetzt machen wir hier die Dünner-Sin-Ambang zu Hummern und zu Knüppen, das ist mir auch scheiss egal, ob das O ist gesucht. So richtig scheiss egal. Da sollen die Knüppen an den Hummern als Fesnetfeld machen, da sollen die Patrouler sein. Ja, jetzt machen wir das. Ja, jetzt machen wir mal ein Ferdisch-Sin-Ambang. Können wir mal so hochjumpen. Ah, das ist ja cool, wenn man nur auf dem Dach gibt, keine Kinder. Ich habe den Zwang noch zu bauen. Die Sachen. Jetzt sind wir bereit. Das ist ein bisschen scheisse. Geht's immer einfach auf hier drüben bauen. Wenn alles, was ich nach einer Projekte nicht machen und abzuholen würde, dann ist das so dumm jetzt. Kann ich leider immer bauen eigentlich alles zu. Ja, ich kann ihn doch nicht veröbeln, sie wollen ja wegbauen. Sie haben eure kleine Wege schon hintergebaut, das ist auch ganz leif für meine Let's Pads. Mäh, mäh, mäh. Ich finde schon ziemlich korrekt. Nichts korrekt ist das Finder-Baton. Ja. Äh, wenn ich heute voll rauskomme, dann... Für mich ist es nicht lange hier, was ich will. Ich will gerade sagen, dass, äh, der Gung beim Rast auch nicht verlebt wird. Für dumm Kiddies, was ich sie muss nennen. Und wir würden ja, sie müssten hier buchraden und dort Gung, so teilweise die Wartungen. Wir haben einfach Opfer, äh, das tun wir nicht nöderisch. Und dann gehen wir dem Gung auch zu 200 Prozent. Rägen würde nicht nöderisch. Äh, ne, was ich glüft. So kleine Kanner, so kleine Piss hatte, was ich sie so nennen. Dann kommt so, ja, mäh, 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 guck mal. Mäh, 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 mäh. Mäh hundig grand graded. Wow, super. Apropos super, spauen euch ein Scheiß und mäh gesinnt halt. Wurteim nach mal zwei machen, mal zwei Urstand. Wöp, na, ma halt, zwei, mal zwei. Mal zwei. Mal zwei. Mal zwei. Mal zwei. Mal zwei, drei. Mal zwei, drei. Mal zwei, drei. Mal zwei, drei. Ich fand natürlich ein bisschen traurig, weil das so lecker geschieht, weil Rost ist wirklich ein tolles, tolles Serie, wie ich es so gemacht habe. Aber ich fand ein bisschen traurig, dass sie wegen so kleinen Körner, dass sie voll abgestampft sind. Aber, wie gesagt, ich verstehe nicht gut, die E-Staffel... Das war die Zwitsch-Aberlose fertig, die E-Staffel sind ganz einfach, weil die Leute die Zoo gebaut haben und sie sagen, oh cool, da ist ein Gang, oh, da machen wir die Mappen, bla bla bla, da kommen wir an einen Schlag rein, oh, jetzt sind die dumm gewesen, die Leute. Los, Leute, einfach Let's Play machen, ganz einfach. Sie verdienen, oh, ich lerne mal, sie verdienen, ah, fuck, Geld, oder? Mit den Let's Play, wie sie machen. Und, da lust sie. Ganz einfach, und das würde ich persönlich nicht verstehen, wo ich sie dann abbrangere. Und Leute, schon, denke ich, ähm, ich weiß nicht, mit... Oh, scheiße, du. Mit ihrem Dram, untergemäß, Geld mit Let's Play, Geld können machen. Da losse einfach. Ne, geht's nicht, geil, geht's nicht einfach, da so, wie es ein Trader oder Stock, äh. Ja, ich weiß, weil die verschiedenen Leute sagen, ja, mir was auch so, aber dafür so geduet. Ja, Pyrams, sind ja ein extra privater Server. Der Server, dass ihr hier habt, ähm, der Remove im Hintergrund, ähm, den Sie mit seinem Schatz zurück jugчaut, wenn sie da einfach so schnell wurden. Und dann, wenn der Server irgendwie Probleme die Abbrief durch das Uh, also, eh, wenn sie wenn sie offline geschalten wollen, noch zum Online gehen, und da, wüsse ich plötzlich All begeistert, von stadt muster ziehen von der rei auch nicht verteilt die davon von dir sind ja okay das andere rei das hier in der e1 server rüge freiner zu kraftruppen oder ane ich damit machen wir noch ein bisschen darauf stechen luft ins brach noch holz ja für das die biotour pascal in kalt relativ darauf bildern wie die große schulter so präge me 100 und stand ist auto stiere einfach nehmen das ist schlecht gelaunt das leute Ah, das Schiff. kurz ab so schaden umschgurkengurken fällt mir hier rein Oh, was machen wir hier? Gut, dann... Mal aufholzen, dann haben wir Holz gekriegen Ok, wer ist das? Oh gut, ok, das ist noch rein oder das lohnt kein kritik um ein kollege mehr auf mein kollege war ich hoffe man muss hoffen doch schon nicht so nur meine vierstellungen wie ich gerne hätte Wasch Ich hoffe das lohnt nicht Der Decay-Tie ist natürlich ein Problem Okay, ich kann den Type-Decay wahrscheinlich noch ein Located Eventual Decay an Das ist genau das Wettbewerb Oh mein Gott! Wenn du das aufholst... Egal welches Sprachholz... Ja, dann tue ich schon mal die Kopfhörer an. Egal welches Sprachholz... ... ... ... ... ... Ja, ja ja... ...